Was ist der Preis, den man für Erfolg zahlen muss? Jetzt aber interessanter Blickwinkel, vielleicht das mal aus zwei Richtungen zu betrachten. Das ist nämlich die eigentliche Frage. Ist nicht der Preis, den man zahlen muss? Herzlich willkommen zu einer nächsten Immolution-Podcast-Folge mit dem Thema den Preis, den du für den Erfolg zahlen musst. Was ist der Preis, lieber Leon, den man für Erfolg zahlen muss? Ich glaube, das ist mit einem Preis nicht ganz so festzulegen. Aber ich kann jetzt einfach mal aus meiner Perspektive reden, weil ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen, was sind unsere Einstellungen dazu, was ich in meinem Leben festgestellt habe. Und das ist eine Sache, die... Also bei mir war es ja so, ich habe ja schon relativ früh im Erwachsenenalter angefangen, ganz gut Geld zu verdienen im Verhältnis zu dem, was so in meinem Umfeld verdient worden ist. Und was ich gemerkt habe, ist, dass mit meinem Verdienst immer mehr... Oder wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich glaube, desto mehr Erfolg du hast, desto schlechter wird die Qualität der Leute um dich rum. Also vielleicht nicht, desto schlechter wird die Qualität, aber desto weniger Leute wirst du auf einmal haben, die es wirklich ernst mit dir meinen in deinem Umfeld. Genau, das finde ich auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, wir waren ja auf Mallorca vor ein paar Wochen und einstimmig war das Thema, dass der Freundeskreis sich dramatisch verändert und auch verkleinert hat. Ja, 100 Prozent. Ja, genau. Also ich würde das wirklich sagen, weil monetär ist es halt einfach zu messen. Ich würde sagen, desto mehr Geld du verdienst und desto weniger Zeit du hast oder desto mehr Zeit du auch da rein investierst, eben erfolgreicher zu werden, desto weniger Freunde wirst du haben. Das ist, glaube ich, eine harte Aussage, aber diese Aussage trifft zu 100 Prozent zu. Weil das ist die Realität. Jetzt aber interessanter Blickwinkel, vielleicht das mal aus zwei Richtungen zu betrachten. Sind es jetzt wirklich tatsächlich nur die Leute, die weg von einem gehen oder ist es viel mehr, weil man selber auch seine Einstellung verändert, weil man mehr Zeit eben in seinem Business investiert und verbringt, viel mehr Zeit, dadurch natürlich auch viel fokussierter ist und eben nicht mehr die normalen Freizeit oder Aktivitäten generell, die es braucht, wenn man eben einen großen Freundeskreis pflegen will. Du musst ja alles Mögliche machen. Weißt du, wenn du viele Freunde hast, dann bist du heute bei dem, dann bist du morgen bei dem, dann bist du morgen bei dem. Ja, ja, gut. Aber du hast ja schon immer im Leben, hast du ja immer Leute, die es wirklich ernst mit dir meinen oder einfach die so um dich rum halt mitschwimmen, so ein bisschen da sind einfach. Aber ich würde schon sagen, es ist eine Mischung aus beidem, auch aus dem, was du sagst. Aber am Ende des Tages bin ich schon der Meinung, dass wenn es eine richtige Freundschaft ist, dass du dann auch nicht jeden Tag Kontakt haben musst oder die Freundschaft auch nicht so intensiv pflegen musst wie mit Leuten, die nur da sind, weil sie einen Vorteil von dir haben wollen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also eine gute Freundschaft macht für mich mit aus, dass wenn du, dass man nicht jeden Tag miteinander schreiben muss, aber wenn man sich dann sechs Monate später trifft, ja, dass man immer noch das gleiche Verhältnis hat wie vorher. Okay. Warum? Weil man hat das Verständnis für den anderen, weil man weiß, die Person hat viel zu tun, die Person versucht gerade wirklich erfolgreich zu sein im Leben. Und ich glaube, dass Erfolg auch eine sehr gute Art und Weise der natürlichen Auslese des Freundeskreises ist. Ja, okay. Weil willst du die Leute um dich herum haben, die dich verlassen, wenn du erfolgreich bist? Wahrscheinlich nicht. Okay, also hatten wir mal fest, einmal das Thema Freundeskreis verändert sich, ja, wird geringer, du verbringst weniger Zeit damit, weil du mehr Zeit im Business hast. Also das heißt, das Thema Freundeskreis verändert sich. Das ist ein Preis, den man zahlen muss. 100 Prozent, ja. Definitiv, okay. Was denn noch? Dass du extrem aus deiner Komfortzone rausgehen musst. Also du musst auf jeden Fall dich damit abfinden, Dinge zu tun, die im ersten Augenblick nicht angenehm und nicht schön für dich sein werden. Ja, weil ich bin schon der festen Meinung, dass der Aufbau von Fähigkeiten außerhalb der Komfortzone liegt. Das ist ja genauso wie im Fitnessstudio auch. Du baust nur Muskeln auf, wenn du über den Schmerzpunkt raus trainierst. Ja, oder wenn du gerade dann weitermachst, wenn es wehtut. Und so ist es, glaube ich, im Businessleben, oder was heißt, glaube ich, so ist es auch. 100 Prozent. Würdest du das mit Disziplin bezeichnen? Ja. Oder wie würdest du das bezeichnen? Ja. Also Disziplin. Also definitiv, ganz klar, ohne Disziplin geht gar nichts. Im Sport genauso, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, du hast ja einmal die Business-Ebene, du hast aber auch auf der anderen Seite zum Beispiel, Sport ist ja immer eine sehr, sehr coole Analogie zum Business. Weil der Sportler, nehmen wir jetzt Christiano Ronaldo, der muss einfach auf seinen Körper achten. Der muss auf seinen Körper achten. Wenn er das nicht macht, wenn er sich nicht fit macht, wenn er nicht fit ist, dann kann er keinen reißen. Ja, 100 Prozent. Aber Disziplin ist ja für mich auch so eine Einstellung, so eine Mindset-Sache. Aber das andere ist halt auch, weiterzumachen, wenn dein Körper dir sagt, gerade geht nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn du müde bist oder mal keinen Bock hast oder was auch immer. Ganz klar, du musst halt deine Ziele vor Augen haben. 100 Prozent. Und du musst dir Ziele vor allen Dingen setzen, da wären wir eigentlich beim nächsten Thema. Weil ohne Ziele bist du halt so, du irrest halt rum. Du irrest halt rum und ich sage gerne so, Ziele sind wie Leuchttürme, sie dienen der Orientierung. Das ist halt einfach, ich finde es einfach ein geiles Beispiel. Weil wenn du keine Ziele hast und vielleicht sind die am Anfang tatsächlich eher auch materieller Natur, weil du dir ein cooles Leben erschaffen willst, das ist ja total fein, kein Thema. Aber du brauchst eben permanent Ziele. Weil sonst fällst du in Löcher rein. Also wenn du hast ein Ziel, sagen wir mal, würdest du das erste oder auch das zweite, dritte schicke Auto fahren, dann hast du halt, wenn es dann erreicht ist, dann geht es dann auch schnell wieder runter. Das heißt, du brauchst auch immer wieder neue, größere Ziele, um einfach auf Spannung zu bleiben, auf Power zu bleiben. Nimm dir mal jetzt so eine Mannschaft wie, sagen wir mal, Man City oder auch Bayern München oder Real Madrid. Wenn die jetzt, sagen wir mal, die haben jetzt einmal so ein Trippel gewonnen, ja, was machen die denn dann? Ja, haben wir einmal gewonnen, müssen wir ja nicht mehr. Das macht gar keinen Sinn. Genau, du startest halt immer wieder, du musst immer wieder von vorne starten. Du musst immer wieder dir das vor Augen führen und vor Augen halten, nächste Hürde, nächstes Thema, nächster Schritt und weiter geht's. So nach dem Motto, nach dem Ziel ist vor dem Ziel. 100 Prozent. Du musst immer wieder drauf. Ja, du musst, wie du gesagt hast, du musst ja wissen, wo stehst du gerade in deinem Leben. Wenn du kein Ziel hast, kannst du das ja gar nicht messen oder bewerten, wo du gerade stehst. Du bist halt orientierungslos, 100 Prozent. Wie wichtig ist denn Ausbildung, Lernen und solche Dinge? Ja, unfassbar wichtig. Hat meiner Meinung nach ja auch, ist auch, teilt außerhalb der Komfortzone. Nicht nur, aber auch zum Teil. Also es teilt so ein bisschen auf denselben Punkt mit ein, finde ich. Aber klar, Ausbildung, Lernen, vor allem auch reflektiert genug zu sein, dass man nicht alles kann, nicht alles weiß und das gehört auch auf jeden Fall mit dazu. Also ich würde sogar so weit gehen, dass sage, wenn im Kopf irgendwas los ist, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du auch so Trigger-Points hast, wenn du einfach an bestimmten Dingen immer wieder kleben bleibst, am Ende sind es die Fähigkeiten, die Fähigkeiten, die du nicht hast oder nicht ausreichend hast oder nicht ausgereift genug sind, sind es die Fähigkeiten, die dir am Ende des Tages den Tritt in den Hintern verpassen. Wenn du nicht genügend Fähigkeiten hast, nehmen wir mal jetzt das Beispiel beim Makler, der hat einfach nicht die Fähigkeit, eine Immobilie zu bewerten. Was machen die meisten Makler? Sie dribbeln drumherum. Also sie machen es einfach nicht. Es wird nicht bewertet, es wird nicht ordentlich gemacht und der Preis dafür ist ja auch hoch. Der Preis für Nichtwissen, also für keine oder Mangel oder schlechte Fähigkeit, das ist das, was richtig scheiße wehtut. Das ist nämlich die eigentliche Frage. Ist nicht der Preis, den man zahlen muss, wenn man nicht erfolgreich ist, viel größer als den Preis, den man zahlen muss, wenn man erfolgreich ist? Absolut. Weil das ist der Punkt. Das finde ich einen sehr geilen Ansatz, weil am Ende ist es tatsächlich so, wenn du überlegst, du hast keinen Erfolg, du bist erstmal maximal frustriert. Immer unglücklich, immer frustriert. Genau. Bist sauer auf die Welt. Kannst dir nichts erlauben. Ruf doch mal einfach aus Jux jetzt irgendwie, ich gebe dir eine Liste und ruf mal einfach fünf Makler an. Und guck mal, wie die auf dich reagieren, wenn du denen zwei Fragen stellst. Du hörst nur Frust, du hörst puren Frust, du hörst einfach auch Hass tatsächlich. Hass. Das ist das Bild, ganz klar. Das ist egal, ob das Makler sind oder andere Selbstständige. Das wirst du mit Sicherheit, wirst du das zum Großteil antreffen. Also wir können ganz klar festhalten, der Preis fürs Nicht-Tun oder dafür keine Fähigkeiten zu entwickeln, ist viel, viel größer. Also kein Erfolg zu haben ist viel, viel größer als dann Erfolg zu haben. 100%. Das kann man so sagen. Also Fähigkeiten haben wir, ist klar. Disziplin haben wir auch. Freunde haben wir auch. Der Unterschied ist halt nur, bei dem einen gehst du den Preis bewusst ein und bei dem anderen eben nicht. Und das ist das, warum es dich auch zerlegen wird. Weil dieser Preis, den wirst du bezahlen, wenn du es nicht tust, aber du weißt es nicht. Und das ist das Schlimme. Wenn du den Weg des Erfolges einschlägst, dann weißt du von Anfang an, worauf du dich einlässt. Also eigentlich der viel ehrlichere Weg. Absolut. Ich finde auch noch einen Preis sehr wichtig, nämlich Bewusstsein. Der Preis Bewusstsein, sich bewusst werden, sich bewusst auch sein darüber, dass Lernen erstens nicht aufhört, Entwickeln von Fähigkeiten auch nicht aufhört und vor allen Dingen auch zu beginnen, sich helfen zu lassen. Weil auch das weiß ich von mir, ja, ganz am Anfang, du hast so deine ersten Erfolge gemacht, du fandst dich total toll, ja, total cool und hast ja von keinem mehr was sagen lassen. Das war bei mir ganz extrem, ja, da war ich der Held im Erdbeerfeld und am Ende des Tages kann ich, und das ist wahrscheinlich wirklich so eine Wiederholungsschleife, weil ich das immer wiedererzählen kann, weil das einfach so entscheidend wichtig ist, dass ich ganz genau sehen kann, da wo ich gedacht habe, ich bin der Held im Erdbeerfeld, gab es und dann sozusagen mir nicht, also helfen habe lassen und nicht mehr hingeschaut habe, wer kann mir helfen, wer kann mich weiterbringen, hat es auf die Fresse gegeben, ja, sofort, ja, also das ist eigentlich, nicht eigentlich, sondern man kann tatsächlich auch sagen, die erfolgreiche Aktion war immer dann, wenn ich einen Sparringspartner hatte und Misserfolg, also kein Erfolg oder beziehungsweise in die Hose gegangen ist es dann, wenn ich diese Aktion, mir helfen zu lassen, unterbrochen habe. Ja, 100 Prozent. Weil ich damit aufgehört habe. Das ist ja wie beim Sport, beim Trainer. Ich bin, ich mache ja Kampfsport, wie du weißt und Sparring ist ja auch die Art von Training, wo du am meisten lernst, weil es halt die Wettkampfsituation am besten imitiert oder nachstellt und dementsprechend braucht es einfach einen Partner, ja, der das, was du willst, vielleicht schon erreicht hat, der das, was du vorhast, der dir den Weg klar zeigen kann, damit du eben schneller an dein Ziel kommst, Punkt Nummer eins und zweitens auch auf dem Weg dahin am meisten lernst. Ja. So, deswegen, das denke ich als abschließendes Statement, es gibt natürlich noch meiner Meinung nach andere Punkte, vielleicht können wir gucken, ob wir da nicht einen zweiten Teil draus sogar machen, ja, ob jetzt oder vielleicht in der Zukunft, dass wir einfach nochmal das Thema wieder aufgreifen, weil das ist, finde ich, ein sehr interessantes Thema. Ja, finde ich auch. Gibt es wahrscheinlich noch einen oder anderen Punkt, der mir nachher noch einfällt. Da kann man lange drüber reden, definitiv. Ich denke, für das Erste heute reicht es an der Stelle und wenn ihr da draußen Fragen habt, gerne hier in die Kommentare. Vor allen Dingen, ich würde oder uns interessiert brennend, was sind denn, ist denn für euch der Preis, den man zahlen muss? Ja, schreibt es mal rein, lasst ein Abo da und vor allen Dingen like das Video und ja, wir helfen euch gerne, ja, weil wir sind der ideale Sparringspartner für euch. Deshalb einfach kostenfreies Erstgespräch buchen hier in der Infobox und lasst uns sprechen, wie wir euch dabei unterstützen, sozusagen, ja, nicht einen unnötigen Preis oder zu viel oder zu wenig zu bezahlen, dann bitte zu uns. In diesem Sinne, auf geht's, bye-bye, ciao.